Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Gabriel Knight 2 mit, äh, in englischem Original. Dann legen wir gleich mal los. Ich würde sagen, hier waren wir beim Marienplatz. Da waren wir noch nicht ganz fertig. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir hier noch die Post abgeben konnten. Okay, keine Kuckucksuhr für dich. Im Moment jedenfalls. Das hat mal hier noch eine Fahne, glaube ich, oder? Ah ne, ein weiteres Geschäft. Das muss sein, dass man sich auch einfach so hier umschauen kann. So einfache Sachen anschauen, wie das hier. Neues Rathauserbaut von Georg von Haubereser in den Jahren 1867 bis 1908. Das finde ich schön, dass man das einfach so machen kann hier. Da haben wir noch ein Geschäft, das wir anschauen können. Was haben wir denn da? Viel Spaß und Spaß. Ich verstehe das, selbst wenn es in Englisch ist. Okay. Und da geht's in das nächste Bildschirm. Sie sind beschäftigt. Ich gebe es dir einen Schaden, aber ich spreche nicht die Sprache. Und die Musik darf natürlich nicht in einem Gabriel-Knight-Spiel fehlen. Obla, ich wollte doch den Brunnen noch anschauen. Egal. Wir kommen nochmal hierher. Dienerstraße. Es ist ein Postoffice. Was soll ich mailen? Äh, den Brief, den du geschickt hast. Für Gracie. So, das war das. Ich gebe es dir einen Schaden, aber ich spreche nicht die Sprache. Auch ihre Trashcans sind in dieser Stadt clean. Nur mehr Bildschirrungen hierher. Ja, und das war es anscheinend auch schon hier. Nur mehr Bildschirrungen. Mehr haben wir hier im Moment nicht zu tun. Das heißt, wir sind erstmal in der Marienstraße fertig. Gut, unsere nächste Dings geht, denke ich, in den Zoo. Ich denke, Marienplatz werden wir noch nicht fertig sein, richtig? Ja, wusste ich es doch. Talkirchen. Hmm. Hmm... Hallo, kleiner Wolf. So, und da sind wir auch schon. Jetzt schauen wir uns doch mal um hier. Europäischer Wolf, European Wolf, Canis, Lupus, Lupus. Canis, Lupus, Lupus. European Wolf. Genau. Canis... Okay, das war's anscheinend auch schon von hier. Da sind sie. Da sind sie. Hey, Wolf. Komm schon, Junge. Hey, Wolfie. Komm schon. Komm schon, Wolfie, Wolfie. Komm schon. Komm schon. Komm schon hier. Ach, Gabriel, das sind doch keine Hunde. Voll, wie aggressiv der das erzählt hat. Ja, ho, ho, ho. Es ist dasselbe, oder? Hier, Wolf. Komm schon, Wolf. Komm schon. Komm schon. Es ist so, oder? Komm schon, Wolf. Ich bin nicht sicher, was es sagt, aber es ist nicht der Exit. Exit ist Oz Gang. Es ist eines der wenigen Worte, die ich weiß. Das ist die Zooverwaltung, mein guter Gabriel. Ach, wala. Ja, da hast du vollkommen recht. Okay, dann können wir hier auch nichts machen. Wie war denn das? Ah ja, irgendwann kommt er. Jetzt können wir mit ihm reden. Ich habe gedacht schon, der kommt gar nicht mehr. Oder erst beim zweiten Besuch oder so. Ja, okay. So, himself, Wolfes und dem Missing Wolfes. Wir reden mit allen drei Sachen natürlich. Wir fragen erst mal bei ihm, wer er ist. So, noch mal über ihn. Und wer ist Dr. Klingman? So, dann haben wir noch Wolfes und Missing Wolfes. Wir fragen erst mal generell über Wölfe. Genau, die fehlenden Wölfer. Ich glaube, du warst hier, wenn die Wölfe ausgerufen wurden. Nein, ich arbeite nicht. Aber du musst hier den nächsten Tag sein, richtig? Die Leute waren ziemlich verletzt. Was, mit der Polizei und alles? Ja, das war super verrückt. So, how did der Wolf-Scout egg it out? So, how'd the wolves escape, anyway? Well, Dr. Klingman says the gate was left open after the night feeding. What do you think? The gate is heavy. It shuts itself. Maybe something was in the way. Maybe a rock. I don't know. I'm only glad it was not me there. The boy who works that night has been, you know. What do you think about the wolves killing people? So, what do you think about these killings? Pretty scary, huh? Do you ever think those two wolves could do something like this? I don't believe it is possible. Hilda and Parzival were fine with me, just like all the other wolves. Hilda, she liked to play. She was so young still. She did. What did the wolves look like? What did the two missing wolves look like, anyway? Hilda was pretty. She had much white on her chest. And Parzival, he was bigger, sicker, more in the chest. He was five or six years old, maybe. Much darker than Hilda. Dark? Dark what? Dark grey. Most for grey. Most of the wolves here are. Hilda was light, but they get darker, when they get older. Is that right? Hey, thank you for your time. Whatever. Yeah, that was really interesting, I think. Because it doesn't fit to the spines that we found. We had a redish one found, and we had heard, the two wolves were actually green. And one was a little dark, but definitely nothing red. So, gehen wir doch mal in die Verwaltung. Come and see. Können Sie helfen? I'm afraid my German isn't very good. My name's Gabriel Knight. I'm an American novelist. What can I do for you, Mr. Knight? I'm researching a new book, and I hear you're the expert in these parts. Could you spare a moment? Please, sit down. Thank you. So, da grenzt er. So, was Hammer. Wir reden erstmal mit ihm, hätte ich gesagt. Können Sie dir einige Fragen stellen? Ja. Danke. Du bist nicht okay, wenn ich das schreibe, oder? Das ist okay. So, himself, wolfers und missing wolfers. Ist klar, das sind diese normalen Themen, die wir ja hier haben. Erstmal wieder über ihn selber. So, you're in charge of the Zeus-Mammal-Divisions? Yes. What kind of training do you need for that, Doc? I realize you Americans hate titles, but people refer to me as Herr Dr. Klingmann here. Herr Dr. will also do. Sorry. I have a doctorate from Heidelberg University. My field is animal behaviorist. Fascinating. Nochmal. I see you're particularly interested in wolves. Yes, I'm quite well known for my wolf research. You must have been horrified when two of your wolves escaped, then. Yes. It has been very unsettling. So, research, missing wolves, research. Mach mal bei das. What kind of wolf research do you do, Herr Dr.? I study wolf society, here and in the wild. Any insights? Only that there is a purity to nature, which human society lacks. Meaning? Life, reproduction, death. In nature there is a purpose to it, even if that purpose isn't pretty. We humans have forgotten our purpose. We have. Yes. Does a male lion say to the female, I'm sorry, but I'm afraid to make a commitment? Does a female wolf run off and leave her offspring to the male because she wants to mate with another wolf? Do hyenas need psychotherapy because they are guilty about their thieving nature? You have a point. Which I'm afraid I have overstated. Not at all. Do your fellow scientists share your views? Not often, no. Fortunately, I have found others who do. Okay. Tell us about the wolf. I was speaking with one of your boys out front of Greg, was it? No, there's no Greg on staff here. Do you mean Thomas? Thomas, right. Anyway, he's the one that said to talk to you. Because I was wondering if there was any way I could get a closer look at one of the wolves. For research? I am afraid this is not possible. We don't show our wolves to anyone. We must protect what privacy the creatures have. Really? Well, gosh. I guess that's that. Okay. Then about the missing wolves. Do you mind if we talk briefly about the missing wolves? Is this relevant to your book? Oh, yeah. You see, wolves are major characters in my new novel. And this case is quite unusual, isn't it? I suppose it is. Very well. Actually, I know very little about the case. But I will tell you what I can. Appreciate it. So, how long have the wolves been missing? How long have the wolves been missing? It's been about two months. Jeez. Puh, that's a while, isn't it? Strange, the police haven't seen hide no hair of them. So to speak. Believe me, your sentiment is shared by the German public. Do you think the wolves are responsible for the mutilation killings? Do you think the zoo wolves are responsible for the mutilation killings? That is yet to be proven. Because I've been wondering, what else could it be? Wild wolves, maybe? Unfortunately, there are very few wild wolves left in Germany. Most were killed off by hunters decades ago. Most? A few remain in the Alps. But so close to a city like Munich, it's highly unlikely. Any other suggestions? I'm afraid I'm as confused as anyone, Mr. Knight. Okay, und why would the wolves kill humans? What I don't see is why wolves, if the killers are wolves, why wolves would attack humans. Wolves are predators. Most carnivores are potential man-eaters, given hunger enough, and opportunity. But weren't the zoo wolves raised among humans? Yes. And therefore, they are not afraid of us. I suppose. Okay, und was haben wir noch? How does a wolf choose a victim? How does a wolf choose its victims? Have you ever heard of the language of death? No. You may have heard that wolves often choose the young, the old, or the sick as prey. Until recently, many thought this was some sort of natural selection going on, survival of the fittest. But now some of us are finding it is much more complicated than that. We have observed, for example, wolves surround a sick moose cow. The creature was helpless, yet she stood up and glared back at her would-be killers. The wolves dispersed. Or a healthy bull who ran off alone when he sensed wolves, making himself an easy target for no apparent reason. Researchers now believe that there is a kind of primal language going on. I am death, the wolf says. Are you ready to go? And the victim, by its actions, says, yes, I am ready. Or, no, you will not take me now. What if their prey doesn't know the language of death? This is a big problem, particularly for the wolves. When wolves come across domesticated animals who do not know how to play the game, they are confused. They start slaughtering, and they have no sense for when to stop. That is why farmers have hunted wolves to extinction in most parts of the world. Well, that certainly gives me something to think about. So, ich glaube, das war es dann alles. Was können wir hier noch machen? Wir haben hier noch ein Po. Yeah, the dog's definitely got a thing for wolves. Wölfe, Poesda. Looks like office equipment back there. Yeah, the dog's definitely got a... Ja, okay. I don't see anything in the bookcase but German textbooks. I don't see... I don't see... I don't see... They're doctor's coat. Ja, ich glaube, jetzt kann man hier im Moment nicht viel machen. Dann gehen wir erst mal. Thank you for your time, Doctor. Not at all. Und jetzt würden wir zu einem ziemlich blöden Rätsel kommen. Ähm, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.